Moin, ich begrüße euch hier bei der Bogensporwild. Ich zeige euch heute in einem etwas kleineren Workshop die magische Selbstheilung von 3D-Tieren und zwar von der Firma IBB. Der IBB 3D-Wolf, den ich hier habe, der sieht schon sehr aggressiv aus. Das 3D-Tier soll aus hochwertigem IBB-Schaum in Premium-Qualität gefertigt sein, dass sich die Pfeile leicht aus dem Ziel herausziehen lassen, die Löcher sich sehr schnell wieder schließen und anschließend kaum sichtbar sind. Und genau das werde ich jetzt einmal testen. Dazu gebe ich zwei Schuss mit einem Compound-Bogen aus einer Entfernung von 30 Meter auf das Tier ab. Dann schauen wir uns das Ganze jetzt einmal aus der Nähe an. So, dann nehmen wir uns mal den ersten Pfeil vor. Ich ziehe den jetzt erstmal raus. Ich mache hier auch keine Zeitrafferaufnahme, sondern das passiert hier alles in Echtzeit. Und so wie das aussieht, zieht sich doch das Loch so langsam wieder zusammen. Das ist schon eine coole Sache, muss ich sagen. Ja, dann kommen wir mal zum zweiten Pfeil. Den ziehe ich dann jetzt auch heraus. Auch hier wieder keine Zeitrafferaufnahme, sondern alles in Echtzeit. Und auch hier ist zu sehen, dass sich das Loch so langsam wieder selbstständig verschließt. Also hier kann man doch davon ausgehen, dass die 3D-Tiere von EBB langlebiger sind als so manch andere. Tja, soweit erst einmal das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns demnächst bei der Bogensportwelt. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! cooling , bis zum nächsten Mal! bes Just've nach revgra designated bei die